Die fünf mächtigsten Gewohnheiten, die einen Mann charismatisch machen und die jedermann beherrschen kann. Willkommen zurück, liebe Bengels. Heute geht es um fünf bestimmte soziale Gewohnheiten, und zwar Gewohnheiten, die darüber entscheiden, ob man punktet oder nicht. Es hat viel mit Charisma zu tun, also dieses spezielle Extra, das einem bestimmte Vorteile im Leben verschafft. Sei es im beruflichen Umfeld, auch in der Clique, im Alltag und auch bei den Frauen. Und keine Sorge, man muss jetzt nicht alle fünf Gewohnheiten verinnerlicht haben, schon ein paar davon machen den Unterschied. Und wie immer gilt, man soll sich selbst treu bleiben, authentisch bleiben und sich sicher nicht wegen anderen verbiegen. Und das ist wichtig, und das, was ich hier tue, das sind ja immer Denkanstöße, die ich euch gebe. Nichts ist in Stein gemeißelt. Die folgenden Gewohnheiten bemerken die Leute, und es wird sehr positiv wahrgenommen. Und das wirklich Gute daran ist, jedermann kann sie sich aneignen. Jede Frau auch. Noch besser ist, dass das keine ausgeklügelte Taktik sein muss, sondern deine natürliche Art ist, dein Wesen, Teil deiner Persönlichkeit. Und viele charismatische Menschen haben diese Gewohnheiten beiläufig verinnerlicht. Und vielleicht gehörst du ja dazu, ohne es zu wissen. Die letzte ist in meinen Augen eine der vorteilhaftesten, und ihr werdet merken, warum. Das Gespür für eine dosierte Zurückhaltung. Menschen, die das Gespür für eine dosierte Zurückhaltung haben, denken mehr nach und sprechen weniger, weil sie damit beschäftigt sind, zuzuhören und Informationen, die sie hören oder sehen, zu verarbeiten. Charismatische Menschen wissen, wann sie sich aus dem Mittelpunkt nehmen und anderen Raum für ihren Ausdruck geben. Und ich sage dosiert, weil es ist natürlich nicht immer die gleiche Dosis. Es kommt natürlich auf die Situation an und um die Menschen um dich herum. Diese wohldosierte Zurückhaltung ermöglicht es dir, deine Umgebung besser zu verstehen und auch subtile Details in Situationen oder auch von Menschen besser wahrzunehmen. Weil du bist in dem Moment nicht ständig auf dich selbst fokussiert. Und was halt wirklich ist, man kann Menschen durch Beobachtung besser lesen, Situationen besser einschätzen, Chancen oder Probleme und Bedrohungen erkennen, die andere vielleicht übersehen. Die Gewohnheit der wohldosierten Zurückhaltung hat Vorteile in allen Bereichen. Und sie verleiht dir oft auch eine angenehme Ausstrahlung. Egal ob bei Freunden, beim Date oder am Arbeitsplatz, ein Mann, der immer und zu allem etwas sagen muss, der immer im Zentrum stehen muss, der wirkt, als sei er ständig sehr bemüht, etwas zu beweisen. Schweigen ist oft mächtiger als unbedingt immer seinen Punkt zu beweisen. Und deine dosierte Zurückhaltung kann ja auch bewirken, dass andere neugierig auf deine Gedanken und Gefühle werden. Das Gegenteil wäre ungefähr Narzissmus oder das Ich-bin-der-Mittelpunkt-Syndrom. Du unterhältst dich mit jemandem, der gerade über seine Probleme bei der Arbeit spricht. Und anstatt darauf einzugehen und Empathie zu zeigen, drehst du das Gespräch sofort auf dich und deine eigenen Probleme. Oh, das klingt hart. Also ich hatte letztes Jahr auch so eine stressige Zeit. Weisst du, ich musste eine Reise nach Irland absagen, weil ich zu viel zu tun hatte. Ich, 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 ich. Eine sehr mächtige Gewohnheit ist Selbstkontrolle. Menschen, die sich selbst beherrschen, die denken sorgfältig über ihre Handlungen nach, die vermeiden impulsive Entscheidungen, überstürztes Verhalten oder auch vorschnelle verbale Attacken. Gerade in emotional aufgeladenen Situationen können sie eher ruhig bleiben. Also eine Eigenschaft, die in so gut wie jeder Lebenslage von Vorteil ist. Ich wünschte, ich könnte das. Leider gelingt es mir nicht immer, aber ich arbeite daran. Wer Selbstkontrolle hat, der spürt viel mehr, dass er sein Leben selbst in der Hand hat, anstatt von äusseren Umständen fremdbestimmt zu werden. Das Gegenteil davon wäre eine reflexartige Aggression. Also ich meine diese impulsive Art von Aggression, die hochkocht, weil man zum Beispiel annimmt, dass der andere eine negative Absicht hat, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist. Kennt ihr das? Ich nehme mich davon gar nicht aus, mir ist das auch schon passiert. Ich wurde schon aufbrausend, weil ich dachte, das Gegenüber, das attackiert mich jetzt. Aber es war gar nicht so gemeint. Beispiel, stell dir vor, jemand fragt dich in einem geschäftlichen Meeting, ob du schon an einem bestimmten Projekt gearbeitet hast. Und du interpretierst die Frage als Vorwurf, dass du faul bist oder deine Arbeit nicht machst. Vielleicht schlägt ja dein Herz schneller, dir wird innerlich warm. Obwohl die Frage einfach nur Neugier war. Oft sind die negativen Absichten, die wir vermuten, nur Spiegelbilder unserer eigenen Unsicherheiten. Ja, und solche Missverständnisse können die Stimmung natürlich schnell kippen lassen. Zu viel Selbstkontrolle ist aber auch nicht immer empfehlenswert, denn Dinge spontan tun oder auch spontan sagen, ist ja das Gewürz in Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Man sollte schon nicht jedes Wort oder jede Handlung vorher einstudieren und durchdenken und analysieren. Und darum würde ich sagen, eine Kombination aus beidem ist wohl das Beste. Selbstkontrolle, gepaart mit einer gesunden Portion Spontanität. Eine weitere soziale Gewohnheit, die dir echte Vorteile verschafft, ist ein Gespür für persönliche Grenzen. Charismatische Menschen haben oft ein feines Gespür dafür, wo die Grenzen ihrer Mitmenschen liegen und sie wissen genau, welche sie besser nicht überschreiten. Und oft merkt man ja gar nicht, wie man unabsichtlich in die persönliche Komfortzone von anderen eindringt, die die Menschen um sich herum aufbauen. Und das kann so simpel sein wie das Verständnis, dass halt nicht jeder bereit ist, seine Lebensgeschichte beim ersten Treffen preiszugeben oder überhaupt was Persönliches von sich preiszugeben. Oder wenn jemand von Natur aus eher still und ruhig ist, ist es vielleicht nicht die beste Idee, da herumzustochen und zu fragen, warum bist du denn so still, geht es dir nicht gut? Und sicher meint man es gut, indem man gewisse Fragen stellt, aber wenn der andere sie dann geflissentlich übergeht oder das Thema wechselt, ist das ein deutliches Zeichen, dass die Person nicht darauf eingehen will, aus welchen Gründen auch immer. Und charismatische Menschen haben dieses Gespür für solche Momente. Sie nehmen dann die subtile Veränderung des Gesprächs wahr und lenken es ganz unauffällig auf eine andere Ebene. Die Unterhaltung geht automatisch weiter, einfach in eine andere Richtung. Und es kann sehr gut sein, dass es das Gegenüber gar nicht bemerkt. Dieser Mensch schafft es einfach, bei Interaktionen eine Atmosphäre zu kreieren, in der Menschen sich wohlfühlen. Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Effektive Kommunikation. Wenn ein Mann seine Worte sorgfältig wählt, kann er nicht nur präziser, sondern auch viel wirkungsvoller kommunizieren. Es ist wie mit einem präzisen Werkzeug arbeiten. Je genauer die Auswahl, desto besser das Ergebnis. Wenn jeder versteht, was gemeint ist, bleibt der Dialog konstruktiv und Missverständnisse werden minimiert. Wer seine Botschaften klar formuliert, der kann andere auch leichter überzeugen. Und noch etwas, den Worten von Menschen, die gut kommunizieren, denen wird oft viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Ihr müsst es mal beobachten, das ist tatsächlich so. Ihre Ideen werden ernster genommen, sie haben in Diskussionen eine stärkere Position. Emotionale Intelligenz. Diese Fähigkeit, oder besser gesagt, diese Gewohnheit, diese soziale Gewohnheit, ist in meinen Augen eine der stärksten von allen. Der Unterschied zwischen emotionaler Intelligenz, also EQ und Intelligenzquotient, IQ ist einfach. Der IQ misst die kognitiven Fähigkeiten, also alles, was mit logischem Denken, Problemlösungsfähigkeiten, den klassischen Schulfächern zu tun hat, Mathe zum Beispiel. Emotionale Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit, die eigenen Emotionen sowie die Emotionen anderer zu erkennen, zu verstehen und zu steuern. Dazu gehören Empathie, Selbstregulierung und ganz allgemein soziale Fähigkeiten. Der EQ ist entscheidend für das persönliche und berufliche Leben. Wenn du eine starke emotionale Intelligenz besitzt, kannst du deine Emotionen besser regulieren, du kannst Konflikte besser lösen, es erleichtert dir das Verständnis für andere, es hilft, Dynamiken geschickter auszubalancieren und die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu finden. Ihr seht, warum diese Gewohnheit so stark ist. Emotionale Intelligenz ist eine, ich würde sagen, allrounder Fähigkeit, die alle vorherigen Punkte miteinander verbindet und verstärkt. Eine hohe emotionale Intelligenz kann dir wirklich Türen öffnen, die andere nicht einmal bemerken. Und wie gesagt, das heisst nicht, dass du jetzt all diese sozialen Fähigkeiten in dir vereinen musst. Es ist wie immer einfach ein Denkanstoss. Der EQ ist ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Und wie du deinen EQ steigern kannst, denn das ist möglich, werde ich demnächst in einem separaten Video erklären. Mach also ein Abo, falls du noch keins hast und aktiviere unbedingt auch die Glocke, damit dir das Video auch angezeigt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf ganz bald. Macht's gut und tschüss.